ja heim kommt mein name ist dann ihre lp und ich begrüße euch zurück zu let's play burs er zu folge haben ja schon gegen satan gekämpft haben aber weiß ich nicht gegen mich weiter und ja jetzt muss man noch mal machen aber ich klappe diesmal schworen feinde soweit sind wir willkommen letztens er saß sich kaputt haben waaat 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 zum teufel mal gewonnen wir sind schon wieder los mal so hat okay einfach so noch ist das für ein gesicht mein Gott was ist denn jetzt schon wieder los wieder verpackt oder wie ich habe es in ihr los es hat dämlich weil ich habe mich jetzt ja ganz töten anscheinend ernsthaft so ein zweitmal hat er nicht klappt ich kann mich nicht töten geil ich weiß nicht was passiert wenn ich level neu starten drücke kamera hängt jetzt auch hier fest ja super war ich habe ja noch vier leben hey was ist denn das für ein dreck ja es hat ich meine namen der granate oder so bekommt ich weiß nicht was passiert wenn ich jetzt das mache ich dann die gesamte level neu starten was weiß ich was bedeutet dann was er jetzt wo starte ich jetzt jetzt schon zweimal geschafft sich irgendwie jetzt nicht so ein ich weiß nicht ob das die allererste level ist von der jetzt sind noch 15 level oder so ich hoffe natürlich nicht jetzt ja gut mich das ist gut das ist gut ja hey da habe ich zu schnell erledigen oder so ne danke danke warte eben da gehen kann ich jetzt machen geschmack mal das muss aber der letzte gegner sein Nein Verrückte nicht nochmal, ey. Oh ja. Was ist er heute? Was ist er jetzt schon wieder? Ey, was ist das? Da ist er. Okay. Was ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er denn? Was ist er denn? Was ist er denn? Was ist er denn? ich nach rechts nach rechts geht weiter ok so ist auch gar nichts okay ich glaube ich hab da x gedrückt zu dem zeitpunkt wenn ich dann hat katzen kommt da noch weiter ja ich habe die weggedrückt ich finde den gesichtsausdruck sogar wenn ich den terminator hier ist eine blöde ding mein gott da kann man wahrscheinlich noch ein boss kampf oder so mit dem hätte ich ja wohl ein problem haben wir zu flüchten da sind so gescriptet ich muss gleich warten ich muss gleich warten so dem leiden weiter mein gott aber wenn ich stehen bleiben weil die dinge da ich kann nicht stehen bleiben den sprung habe ich auch so gut wie nicht mein gott oder das ist nicht gut für mich hey 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 nein es geht von ihr weiter sehr gut da hoch geht da hoch geht da hoch nein da war der helikopter nein mein gott so ist das explosion es ist so scheiße die dinger sind genau da die wissen wo ich hinlaufe und tun moment vorher dann später an da auftoppen nein ich kriege warte jetzt komme ich da aber hin hilf mir was was wollte ich mich verkackt nudeln was passiert hat der satan ja so ein hubschrauber weggeschossen letzter kampf oder irgendwie so wird das haben wir noch satan wo bist du norman was sagt denn schon wieder so ein ad boss und da waren lebensicht mal ich lasse mich nicht einfach am anfang an einlaufen dass ich da irgendwie auf der klippe anfangen oder so komm schon wir sind ja schweine wir sind jetzt noch so klein für die auftauchen wir sind wir sind wir sind wir sind ja wissen gibt es mir auch ein paar leben auch jetzt erreichst du mich von der agal manche reichte ich gerade noch mal nach bunt ein paar leben sammeln am besten du bist eine riesige spinne ok oh mein gott richtig überhaupt ich habe so wirklich kräftig und ich glaube das war es für mich nicht okay war irgendjemand anderen der kann nix hier heißen ich leider feststellen müssen und sehr oft ja solchen dagegen machen auch immer wie viel apd hat wenn ich mal wo ich hinschießen muss um den einer bis abzuziehen nein 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 so wenn ich aber in dem partner schaffen meine güte hoi schnarrt spielt es wieder Oh. Ah, 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 ah. Hm. Ah. Ruhig, schnell ich hab mal auf einmal. Lass mich den jetzt holen. Na super. Hey, das ist doch unfair. Ja. Jetzt wird ein bisschen zu auftreten. Jetzt auf damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann da nicht. Oh mein Gott. Ich zweimal. Hallo. also nicht mal genau was ich machen das muss ich dir erstmal kaputt hauen so von unten nehmen an jahre sie gerade selber angegriffen ja ja gut schaden gemacht ja ich glaube ich mache jetzt ein bisschen schaden glaube ich ich muss unter den seien und geschützt zu sein nein nein ich überhaupt jemals von denen getroffen ist ja blöds ich weiß noch nicht mal genau was ich machen muss ja die werde ich nicht schaffen das weiß ich schon jetzt und ich bin tot man direkt würde ich mal genau wo ich hinschießen muss hier hatte heute hier heute hier 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 Schau mal her. Besser wenn ich den Laser kaputt machen kann oder so. Wo hab ich eigentlich jetzt gewechselt? Ich komm da nicht hoch. Geht weg! Geht weg! Haha! Ah! Nein! Ah! Ich würde sagen, du kannst mir diese komischen Schüsse machen. Was? Warte, ich hab dich jetzt. Oh ja! Und jetzt? Ich weiß nicht, ob ich schießen muss, aber ich bin so gut wie fertig mit dem. Jetzt nicht echt, oder? Komm schon, mach den platt! Komm schon! Sehr gut! Der Satan wurde erledigt! Von Arnold! Ah! 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 Fressace! das ist das und amerika gewinnt das geht immer noch weiter okay das ist das weiße haus in amerika zeit für eine party auf kosten der steuerzahler okay machen wir das ich will auch nicht ende sein amerika einfach ganz dreist nur die namen so was geht na ein high five geben hier für start freizgebiet aber die bürger sie haben unmögliches geleistet zwar für wenig geld durch euch hat die welt freiheit gerechtigkeit und frieden und viel zerstörung nach allem was ihr getan habt bleibt mir nur eine bitte high five präsidentales high five hey okay ich will den high five geben sind rutan erwart erwart nein ich habe den präsidenten erlegt rambrose ja ich habe ein ups gemacht 8 8 nach wieviel der gegner ich von was erledigt habe 0 ok ich bin gar kein zahlen doch nee also kommt von satan an selten beklopptes spiel hat sie aber die mini gerne einer ok hauswollen neuen präsidenten kaputt ist eigentlich bekloppt und sehr laut musik ok das ist jetzt mein fazit zu diesem spiel geben ja gegen ende habe ich mich ein bisschen aufgeregt ist klar weil das spiel schwieriger war aber ich war ja der game dann wird es da nicht auch aber das spiel hat sehr viel bock gemacht und weiß nicht ob ich das noch ein paar mal spielen werde noch mehrere schwierigkeitsgrade und so haben wir mal ein spiel schon schwer genug muss ich noch schwieriger sein ok drücke 4 zum vordersten ok ok schocken aus und wollte 99 bank zu play ausgezeigt 100 prozent 83 prozent watt wenn ich habe ich die anderen sachen auch noch machen werde genauer üblich jetzt das ist jetzt weiß aus amerika hat heute party auf kosten der steuerzahler mehr ist ja doch gar nicht die frühere level kann ich auch nicht reingehen ok dann gehe ich zurück ins menü und wir ich sage dann ein letztes mal tschüss von diesem projekt ich hoffe einige leuten hat es gefallen wenn es euch gefallen hat hinterlasst noch mal ein bisschen feedback daumen hoch kommentar abo was weiß ich wenn es euch nicht gefallen hat lasst ein negatives kommentar tut unsubscriben wenn ihr subscribt habt oder tut einen daumen nach unten machen ob sie irgendwie feedback oder so alles klar gut dann würde ich euch sagen würde ich sagen ich bin das projekt hier das sind alle noch mal zusammen ein paar posen machen und dann danke ich allen für zuschauen und bis zum nächsten projekt